Das Raster Matrix 150 wurde 2008 eingeführt. Durch Schritte von 150 mm ergeben sich einheitliche Höhenlinien. Die eine markiert die Oberkante der Unterschränke, sie liegt bei 750 mm, den Sockel nicht mitgerechnet. Die zweite Höhenlinie ergibt sich, wenn man zu den 750 mm eine Nische von 600 mm hinzuaddiert. Sie liegt bei 1350 mm. Mit Matrix Line 150, der Küche im grifflos Look, wird die Linienführung zusätzlich betont. Diese Maßvorgaben muss der Planer beachten. Aber vor Ort sind Sie als Monteur dafür verantwortlich zu kontrollieren, ob auch alles passt. Wie und was genau, dazu kommen wir später. Ich gehe jetzt erstmal zu Axel und Paul.